So, meine lieben Zuschauer, da sind wir wieder zum heutigen Wochenauftakt, 18. Mai, 10.55 Uhr. Wir schauen auf den deutschen Leitindex, den DAX. Und da sehen wir nach anfänglicher Schwäche hier einen schönen Erholungsimpuls, die wir Zuschauer hier im Stundenchart. Und wir zoomen uns hier gleich mal ein Stück weit rein. Was fällt auf? Wir sind wieder hier an der markanten Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch hier in der 24-Stunden-JFD-Indikation angekommen. Und es bildet sich hier gerade ein Stück weit eine kleine Umkehrkerze aus. Und das wieder mal direkt an diesem Widerstand. Jetzt wird es spannend. Man muss jetzt mal abwarten, wie der Markt jetzt hier letztlich weitere Impulse erfährt. Rein technisch ist jetzt im Prinzip wieder die Luft nach unten gegeben. Wenn wir jetzt hier nicht signifikant neue Tageshochs machen, das bleibt mal abzuwarten. In der heutigen Fuzzi-Vektor-Logik hatten wir ja am Morgen hier schon die Vorausschau, dass der DAX ein Stück weit anziehen kann. Ich bringe das Bild mal kurz in den Fokus. Hier links oben sehen wir den DAX im Stundenchart-Intervall mit der technischen Kristallkugel-Tendenz, die hier sogar Niveaus in Richtung 11.700 Punkte anzeigt. Die Fuzzi-Logik hier natürlich völlig statistisch und rein saisonal bezogen. Hier aktuell gerade in einem sehr, sehr bullischen Auftrieb. Das ist hier letztlich eine Tendenz, dass der Markt genauso laufen muss, steht jetzt mal dahin oder sei mal dahingestellt, da hier auch mit keinerlei technischen Widerständen und dergleichen gearbeitet wird, sondern sozusagen hier die Vergangenheit in einer gewissen Art und Weise nach einem Algo nach vorne projiziert wird. Das deutet, wie gesagt, weiter steigende Preise an und diesen darf man sich auch nicht entziehen, wenngleich der DAX hier noch immer in einem bärischen Bias verweilt. Und wir hatten in der letzten Woche ja den DAX auch relativ gut eingefangen, auch hier mit Ausbruch nach unten unter 11.550 Punkte und zuvor natürlich hier an dieser Trendlinie eben auch. Und diese Trendlinie ist es, auf diese man jetzt achten sollte, wenn der DAX diese verlässt, nachhaltig überwindet, per Stundenbasis, insbesondere per Tagesschluss. Das wäre dann hier insbesondere bei einem Hoch über dem Hoch vom Freitag über 11.640 Punkte rund. Machen wir es gleich rund. Oberhalb von 11.640 Punkten hätte der DAX dann hier das Potenzial, die Widerstandszone bei 11.700 Punkten anzugreifen. Und wenn er da drüber macht, dann sind wir hier schnurstracks im Bullenmodus und dann kann man sich verabschieden davon, dass der DAX hier weiter korrigiert. Aktuell aber und auch im Sinne der Saisonalität, im Sinne der gewissen Unsicherheiten am Markt, sieht es so aus, dass wenn wir hier jetzt nicht weitere Hochs ausbilden können und nochmals unter 11.500 Punkte zurückfallen sollten, dass der DAX dann hier entsprechend eine Abwärtsbewegung vollzieht, die hier durchaus wieder die Tiefs der vergangenen Woche auf den Plan rufen könnte. Obacht geben, wir haben diese Woche auch die Notenbanken hier wieder im Kalkül. Soll heißen, hier kommen die Protokolle raus von der FED, von der EU und anderen. Natürlich auch noch wie immer diverse Konjunkturdaten. Das wird sicherlich hier eine Triebfeder sein, aber man muss rein technisch sagen, der DAX hat hier sicherlich noch Luft nach unten. Es sei denn eben, wir gehen hier über 11.640 Punkte raus. Dann muss man sich ganz klar von diesem negativen Bias loslösen, entkoppeln und dann sehe ich hier eher vielmehr auch wieder einen sehr, sehr bullischen DAX, der dann eben hier auch das Potenzial hat, weiter nach oben aufzudrehen. Der Tag heute wird schon mal wichtiger als Wochenauftakt. Dann müssen sich die Tendenzen eben fortsetzen, denn faktisch, so negativ der DAX auch aussieht, die Amerikaner haben einen Ausbruch vollzogen. Also hier die Stimmung weiter positiv und auch die technische Verfassung vom S&P 500, vom NASDAQ hier auf sehr hohem Niveau und eben mit der Perspektive hier weiter hoch auszubilden. Das ist einfach eine Tatsache, die sich dann der DAX, wenn die Amerikaner weiter nach oben brechen, hier sicherlich nicht entziehen kann. Und das muss man jetzt unter der aktuellen Berücksichtigung, unter der aktuellen technischen Situation definitiv berücksichtigen. Schauen wir daher nochmal auf den Tagesschart zum DAX. Da sehen wir, dass hier die Abwärtstrendlinie auch auf Tagesbasis wieder attackiert wird. Es wird wichtig sein, ob wir uns eben hier über das Freitagshoch hinausschrauben können. Und dann haben wir hier auch wieder das Level nicht nur 11.640, das wäre eben das Hoch vom Freitags, sondern vielmehr hier das Niveau von 11.700 Punkten. Und da sehen Sie auch schon, wenn wir darüber gehen, dann ziehe ich den Fall einfach ein Stück weit nach rechts, dann haben wir hier ganz klar bullisches Sentiment im Markt. Und dann muss oder sollte der DAX vielmehr auch wieder die Perspektive haben, hier nach oben zu streben. Und dann wäre die aktuelle Korrektur, die wir gesehen haben, wohl bemerkt, seit dem April hoch, seit dem Allzeithoch, hier als ganz, ganz gesunde Konsolidierung anzusehen. Und dann muss man auch sagen, achten Sie hier auf diesen Trendkanal, beziehungsweise was sage ich Trendkanal? Der Trendkanal wurde ja hier verlassen. Und dann achten Sie hier auf diese Horizontalunterstützung, 11.350, 11.400, das war schon relativ lange ein prognostiziertes Ziel. Dieses Level wurde hier in den vergangenen Wochen hart umkämpft und es entscheidet sich eben hier, ob die Bullen hier tatsächlich eine Unterstützung draus ziehen können und weiter ansteigen. Oder ob der Markt hier nach unten abtaucht. Also wenn insbesondere die Vorwochentiefs nochmal angesteuert werden und dann mal hier auch ein Daily Close unterhalb von 11.300 Punkten erfolgen sollte, dann haben wir hier definitiv negativen Bias. Und dann muss der DAX in Anführungszeichen, muss und tut ja gar nichts, aber dann sollte der DAX relativ zügig weiter zurückfallen und hier entsprechend einiges noch an Potenzial unten auffächern. Aber warten wir ab, was passiert. Übergeordneter DAX immer noch natürlich in einem Aufwärtsimpuls, wenngleich die Konsolidierung schon ein Stück weit zu scharf war, der Kanal hier unterschritten. Und insofern würde ich es eben an den Triggermarken festmachen. Da ich, liebe Zuschauer, beziehungsweise JFD Live Trading TV jetzt erstmal pausiert bis Anfang Juni, können wir hier im Prinzip nur die Marken wie folgt festlegen, um sie dann im Juni nochmal aufzurollen. Und ich würde mir wünschen, dass sie dann praktisch auch wieder hier dem JFD Live Trading TV die Treue halten. Letztlich unterhalb von 11.300 per Tagesschluss wären die Bären in meinem oder für meinen Dafürhalten hier ganz klar im Vorteil. Dann sollte es hier sicherlich nochmal Richtung 11.000, 11.800, 11.600 und sogar noch tiefer gehen können. Hingegen oberhalb von 11.700 Punkten, 11.710 Punkten auf Tagesbasis hier sicherlich der bullische Bias einkehrt. Ich werde hin und wieder das aus dem Ausland mal prüfen, was der DAX so macht, aber insbesondere natürlich dann ab Juni hier wieder beim JFD Live Trading TV angreifen. Und insofern wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Zeit, liebe Zuschauer. Bleiben Sie im Stream treu, wir werden auch andere Beiträge aus dem JFD Research Team liefern. Also für Informationen sind weiterhin gesorgt oder ist weiterhin gesorgt. Und insofern jetzt noch einen restlichen schönen Montag, einen schönen Wochenauftakt. Viel Erfolg bei einem guten Trading Pick. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine gute Zeit, Ihr Christian Kammerer und Tschüss.